Es ist offiziell, wir haben hier mit Olaf Scholz, dem beliebtesten Bundeskanzler Deutschlands, offensichtlich den unbeliebtesten Regierungschef der westlichen Welt. Wie das zusammenpasst und was es damit auf sich hat, gucken wir uns heute an. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, für kritischen Content gerne ein Abo da lassen. Und es ist wirklich so unfassbar peinlich. Wenn man im Ausland ist und mit anderen über Deutschland spricht, ist bekannt, wie unbeliebt und wie schlecht unsere Regierung und auch teilweise die Regierenden sind. Denn dass maßgeblich von ihnen aus zum Beispiel die AKW-Abschaltung stattgefunden hat, dass wir zahlreiche interne Probleme in Deutschland haben, dass wir hier für uns nicht mehr selber sorgen können, dass wir wirklich ganz grottenschlecht dastehen, dass Made in Germany kein Qualitätsmerkmal, sondern eher eine Gefahr für ausländische Unternehmen darstellt, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Darüber hatte ich bereits im letzten Jahr berichtet, warum German Free international zum Werbeslogan wird. Und überlegt euch das mal. Von Made in Germany, Qualitätsprodukte, von Top-Ingenieuren hergestellt, super produziert, zu fairen Preisen, ein bisschen hochpreisiger, definitiv, aber das Beste vom Besten, was du kriegen kannst. Was ist denn davon übrig geblieben? Offensichtlich nichts. Im Gegenteil. Die Firmen auf der Welt wissen mittlerweile, wie schwer es ist in Deutschland und meiden natürlich Deutschland und deutsche Produktionen und ähnliches und haben Angst davor, mit Deutschland gemeinsam zu kaufen und haben eher die Priorität German Free. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das alles ist in den letzten paar Jahren alleine hier passiert. Natürlich war das ein sukzessiver Fortgang und wurde immer schlimmer und die Ampel hat diese Geschwindigkeit dessen einfach nur noch erhöht. Und die Ampel ist auch das passende Stichwort. Denn Olaf Scholz, weltweit bekannt und jetzt in der westlichen Welt gewertet, als unbeliebtester Regierungschef. Aber manche Leute sagen auch, er ist nicht letzter. Es ist nur keiner mehr hinter ihm. Hoho. Dementsprechend, wir sehen das hier. Die BILD berichtet darüber. New York Times Klatsche für den Kanzler. Scholz, der unbeliebteste Regierungschef der westlichen Welt. Und wenn wir uns diesen New York Times Artikel hier dazu angucken. The World's Unpopular Leaders. Ach ja, Leute. Und dieses Ranking ist wirklich berechtigt, sagen wir es mal so. Also, dass er hier überhaupt noch auf dem letzten Platz auftaucht. Und Respekt, das hat er geschafft. Denn wir sehen hier, Olaf Scholz, Deutschland, 73 Prozent. Und sie sind hier wirklich ganz klar dafür, dass er der schlechteste und unbeliebteste Politiker der westlichen Welt ist. Das muss man erst mal schaffen. Überlegt euch das mal, was das bedeutet. Was ist das oder was ist aus der SPD geworden? Die oftmals kanzlerstellende Partei. Ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Nie zuvor wäre ein SPD-Kanzler so unbeliebt gewesen wie Olaf Scholz. Und war auch noch nie. Und genau so, wenn wir uns angucken, in welcher Riege er hier unterwegs ist. Emmanuel Macron, meiner Meinung nach, ebenfalls auch berechtigt, 71 Prozent auf dem zweitletzten Platz. Drittletzter, den kenne ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Da kann ich nichts zu sagen. 70 Prozent hier der Yoon Suk-yeol von South Korea, also Südkorea. Dann hier der japanische Fumio Kishida, auch 70 Prozent. Dann berechtigterweise UK, 66 Prozent, der Richard Sunak. Und Justin Trudeau, Kanada, natürlich ebenso. Ich mag gerne an die Trucker-Situation und die C-Zeit überhaupt in Kanada erinnern. Und dann sehen wir erst Joe Biden. Muss man sich mal überlegen. Das ist ein Joe Biden, der auch qualitativ von seiner Politik ein bisschen in der Kritik steht, dass der hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, nur der siebtletzte ist. Tja, und Belgien hier ebenfalls sehr, sehr unbeliebt. Und was sehen wir an dieser Liste hier? Wir sehen beispielsweise, dass die Politiker wirklich durch die Bank weg sehr unbeliebt sind. Egal, in welches Land man mittlerweile guckt. Und woran liegt das unter anderem? Unter anderem liegt das hier beispielsweise an dem Punkt der Inflation. Rising prices, anger voters. Your hard-earned money is worthless, wie es hier heißt. Und ja, das ist doch ganz klar. Wenn eine Regierung, die dafür mitverantwortlich ist, ob wir eine Inflation haben und welche Inflation wir haben, wie hoch diese eben ist, dass wir nun in Deutschland angebliche 2,% haben und manch ein Grünen-Politiker sich dann äußert und behauptet, ja, ist ja wunderbar, da tut sich jetzt nicht mehr viel, die Inflation steigt nicht mehr oder die Preise steigen nicht mehr und sonstiges. Da sieht man halt einfach, wie diese Leute sowas noch nicht mal einfachste ökonomische Grundlagen verstanden haben. Das ist wirklich unfassbar. Denn überleg doch mal, seit der Ampel haben wir Inflationsraten noch und nöcher. Auch wenn wir jetzt hier aktuell März 2024 ist es ja schon, nur 2,% haben. Was hatten wir denn im März davor? Weil das bezieht sich immer auf den Vorjahresmonat. Das muss man ja dazu sagen. Und wenn man dann einfach nur die 2 Jahre der Ampel zurückgeht, hat man da Prozent, hat man da nochmal Prozent, wird immer obendrauf gerechnet. Aber es macht leider einfach keiner. Der nächste Punkt ist natürlich hier die Fachkräftesituation, die ebenfalls in zahlreichen Ländern eben nicht so funktioniert, wie es die Politik halt behauptet, ist ja auch das Dreiste, dass diese Erkenntnis noch nicht mal da ist, dass man Probleme nicht richtig kommuniziert, sondern vom Tisch wicht. Und das hat jetzt über die letzten Jahre ein Ausmaß angenommen, wie ich persönlich finde, was den Leuten weltweit offensichtlich einfach reicht. Ansonsten würde nicht eine renommierte New York Times eben so kritisch über die Situation schon hier in Punkt 2 berichten. Und genau so sehen wir als nächstes dann auch noch, wie verhalten sich denn die Politiker in Deutschland, und speziell beispielsweise bei Olaf Scholz. Wie geht man denn mit Kritik um? Ich bekomme auch super viel Kritik von euch und das ist gut so, das ist richtig. Ich habe auch kein Problem damit, einen Fehler, den ich gemacht habe, hier öffentlich zuzugeben, geradezustellen und dafür natürlich auch die Schelte von euch zu Recht dann zu kassieren. Aber das kriegen sie nicht hin. Das sehen wir nämlich beispielsweise hier beim Scholz. Überlegt mal, im Dezember 2022, noch nur einem Jahr, und da waren ja schon so viele Probleme, Scholz stellt sich nach einem Jahr Kanzlerschaft gutes Zeugnis aus. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, wenn man sich das überlegt, dass man sich selber dann hier noch so auf die Schulter kauft. Ja, super, Olaf, Olaf, hast du super geschafft, hast du gut gemacht, ist alles in Ordnung. Alles hier unkritisch, gar kein Problem. Aber offensichtlich haben seine PR-Berater im Hintergrund da auch nochmal das ein oder andere korrigiert und vielleicht ein bisschen was mitbekommen, dass das nicht so gut ankam. Zwei Artikel dazu aus dem Januar diesen Jahres. Viel zu spät. Zitat, Politik ist nichts für feige Leute. Scholz übernimmt die Verantwortung für Krise der Ampel. Er nimmt die Verantwortung für die Krise der Ampel, aber nicht die Krise in unserem Land. Habe ich das richtig verstanden? Ein Schellenbewusstes dabei denkt und so weiter. Scholz verteidigt die Ampel und räumt Fehler ein. Selbstkritik, ja. Und wo sind die Folgen aus dieser Selbstkritik? Oder auch hier zu seiner Aussage, Politik ist nichts für feige Leute, aber für Vergessliche? Ich frage für einen Freund. Wisst ihr Leute, genau solche Themen, die so im Raum stehen, die sind das grundlegende Problem wegen der sogenannten Politikverdrossenheit. Dass keiner mehr Lust auf diese Politik hat und einfach unzufrieden ist. Und sobald man diese Kandidaten im Fernsehen sieht, wenn man noch Fernsehen guckt, wegschaltet. Das machen so viele Leute mittlerweile, weil es nicht hinten und vorne mehr zusammenpasst, was uns auf der einen Seite versucht wird, weiß zu machen. Kampf gegen Recht ist ganz wichtig und alles. Auf der anderen Seite, wenn man sich Statistiken anguckt, gibt es andere, ja, ich sag mal, Vorkommnisse, die bedürfen einer definitiv deutlich größeren Aufmerksamkeit. Werden aber nicht gemacht. Zugleich die immer weiter schwierige finanzielle Situation des Landes und ausufernde Kosten auf der anderen Seite für uns alle noch dazu. Das passt alles hinten und vorne nicht mehr zusammen und das ist das Ergebnis. Jetzt schreibt mal unten rein, wie bewertet ihr den Scholz auf einer Skala von 1 bis 10. Danke fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten und ciao.